Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Auftakt der Früchte-Saison machen die Aprikosen. In Spanien, südlich von Valencia, ist das Pflücken der aromatischen Caninos jetzt in vollem Gang. Leider gibt es hier nicht so viele Aprikosen wie erwartet, weil Anfang April ein Teil der Aprikosen durch den Frost vernichtet worden sind. Trotzdem gibt es bei Coop von Morna eine Aktion. Mit diesen Aprikosen profitieren sie also von dem günstigen Angebot. Die Caninos sind wie gesagt sehr aromatisch und sie eignen sich darum nicht nur so zu essen. Man kann auch gut eine feine Confi machen. Oder für selber gemachte, saftige Wehen sind sie ideal. Und natürlich kann man die Aprikosen auch sehr gut tiefgefrieren und dann so bis weit in den Winter in ihrem frischen Zustand aufbewahren. Damit die Früchte aber durch das Gefrieren nicht aneinander kleben und man es gut voneinander trennen kann, tut man es am besten etwa 10 Minuten auf einem Kuchenblech zum Beispiel bei kältigsten Stufen vorgefrieren. So kann man dann die Früchte gut in Beutel verpacken. Die Voraussetzung für das Tieffrieren ist natürlich die entsprechende Einrichtung. Coop bietet ihnen gegenwärtige Satrap Gefrierschränke und Gefriertruhe zu besonders günstigen Preisen an. Auch für das Gegenteil, für das Auftauen nämlich, hat Satrap eine Lösung bereit. Sie heisst Mikrowellenherd Satrap Micro 601. Mit diesem Gerät können Sie bis zu 15 mal schneller auftauen und bis zu 70% schneller kochen, garen oder erhitzen als bei herkömmlichen Kochmethoden. Wenn Sie also im Fall an diesem Wochenende kommen Aprikosen kaufen bei Coop, dann schauen Sie doch diese Satrap-Geräte einmal an. Und jetzt zu weiteren aktuellen Informationen. In allen Coop-Center und Coop-Warenhäusern mit Fotoservice gibt es jetzt verschiedene Kodak-Filme im preisgünstigen Duopack. Unter anderem auch den neuen Kodak-Color Gold, der die Farbe noch besser zur Geltung bringt. Farbenfroh ist auch die Unterwäsche, die ihnen Coop zurzeit anbietet. Verschiedene Slips, uni und bedruckt für Männer und Buben. Schmiset, Tanga und verschiedene Slips für Damen und Mädchen. Und jetzt zu den Coop-Restaurants. Sie wissen ja, es gibt über 100 in der Schweiz und sie sorgen jetzt wieder für eine erfrischende Überraschung. Unter dem Motto Sommer-Sonne-Badestrand können Sie mitmachen am grossen Coca-Cola Light Wettbewerb. Gäumen kann man viele original Coca-Cola Light Sonnenschirme, Badtücher und Badtaschen. Und jetzt ist schon wieder Zeit geworden für das Coop-Rezept dieser Woche. Ein Vergnügen für Auge und Gaumen, das ist ein richtiges Soufflé. Geschälte Tomaten und Schinken in Würfel schneiden, Peterli und Schnittlauch fein hacken. Eigel mit Quark schaumig rühren. Eine Mischung aus Maismehl und Milch dazugeben. Und dann alle Zutaten gut mit dieser Masse vermischen. So. Zum Schluss den Eischnee sorgfältig darunter ziehen. Und dann in eine Gratinform füllen und in den Ofen schieben. Bei etwa 180 Grad 45 Minuten goldbraun werden und dann sofort servieren. Das Rezept ist doch lustig. Es steht in der Coop-Zeitung dieser Woche und Morne im Tele-Textzeiten 270. Viel Erfolg! So, das wäre es wieder einmal gewesen. Wir danken für das Interesse. Wenn Sie jetzt aber noch wissen wollen, was Sie bei Coop von Morne wieder günstiger einkaufen können, dann schauen Sie doch noch die Aktionsangebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Midi-Gemüseplatten mit Champignons statt 3,90 nur 2,90. Zwei Gläser Midi-Gurken statt 3 Franken nur 2,50. Drei Dosen geschälte italienische Tomaten Midi statt 2,40 nur 1,50. Alle Viando-Fleischwaren sind jetzt 10% günstiger. Und noch morgen über morgen und am Samstag ausländische Aprikosen 5 Kilo 9 Franken. Auf Wiedersehen!